Heute ist die 196. Montagsdemo. Wir nähern uns der 200. Diese 200. Montagsdemo soll eine besondere Montagsdemo werden. Wenn man heute Abend hier oben steht und euch alle von hier aus sieht, wir sind heute gewaltig viele Menschen. Heute, in vier Wochen, am 2. Dezember wird vor dem Hauptbahnhof die 200. Montagsdemo stattfinden. Hierzu gibt es Flyer in der Mahnwaffe, die sind sehr schön grafisch, ein Lob an die Grafik, gerade ganz kurz eingetroffen. Decken Sie sich ein mit Flyern für die 200. Montagsdemo und ich kann euch garantieren, es gibt hochkarätige Lieferstände an rechtlicher Demo. Demonstrieren kommt jetzt auch Geld. Und jede Woche möchte ich und wir darauf hinweisen, dass die heute auch wieder Geldgesammler unterwegs sind. Die heutige Demo wird vom Aktionsrücknis gegen Stuttgart 21 finanziert. Von daher werden Sie die autorisierten Dosen der Aktionsrücknis. Dann gleich jetzt noch ein Zwischenhinweis, weil es auch sehr aktuell ist. Es geht um das dritte und vierte Bürgerbegehren Stuttgart 21. Hierzu wird es am nächsten Montag, nach der Montagsdemo, wer auch Kraft, Energie und Lust hat, wird es eine Veranstaltung im Rathaus geben. Am Montag, entschuldigung, es ist gar nicht der nächste Montag, zurück. Am Montag, den 18. November, um 19.30 Uhr, nach der Montagsdemo, im Rathaus, in der Veranstaltung zum Bürgerbegehren. Bahnchefgrube lamentiert mitten in die Koalitionsverhandlungen hinein, dass die Bahn mit einem immensen Investitionsstaub von momentan 30 Milliarden Euro leidet. Und droht mit Streckenstilllegungen, weil das alles ganze nicht unterhalten werden könne. Hierzu hat das Aktionsbündnis heute eine Presseerklärung herausgegeben. Ich denke, die wird heute bei April Aufstand auch gepostet. Und ich denke, die nächsten Tage wird es diese Presseerklärung auch in der Mahnwaffe geben. Ich meine, wir hätten ganz sicherlich ein paar Sparvorschläge, wie man das Bestandsnetz gut pflegen könne. Und diese irrsinnige Investition, dieses weggeschmissene Geld, was hier in Stuttgart verfügbar wird, worum eine gute Bahn herstellen könne. Jetzt gibt es noch mal Musik. Es ist schon ziemlich kühl. Ich bitte noch mal Körperklaut auf die Bühne. Es wird zwei Lieder singen. Hip-Hop. Sie können sich bewegen. Halten Sie sich schön warm. Bis bald.